Heihu Leute und willkommen zurück zu Madfather und wir wollen mal wissen was passiert wenn wir Maria nicht helfen. Einfach weg gehen. Maria ist auch weg. Das vierte haben wir gespeichert. Ich habe dich gefunden. Jetzt kommen wieder die Puppe. Ja die Puppe. Was? Ach das war das. Irgendwo ganz am Anfang des Let's Plays haben wir irgendwas unsichtbares gesehen und das waren all die Puppen die einen immer hinter gezogen haben. Das war das. Was? Was? Ja. Heheheheh heheheheh. Come be with us... No. That's enough of your game of tech Aya. I have to keep you still don't I? Let go. I didn't want to hurt you Aya. It's a shame. No! Stop, Father. But I can cover your leg with a skirt easily enough. So it should be fine. I don't want this. I wanted to stay with Father. I love you, Father. So please, stop this. Aya, don't worry. Father and Aya will always be together now. So rest in peace, Aya. I love you. Aya, your new dress looks wonderful on you. Aya wurde zu Puppe gemacht. Bad ending. Really, really fucking bad ending. Gut, dafür habt ihr euch entschieden. Ihr habt euch dafür entschieden? Seid ihr krank oder was? Nee, Spaß. Ihr habt wahrscheinlich schon die anderen angeschaut oder werdet es noch anschauen und ja. Well, it's about time to sleep. So ein kranker Bastard. Jetzt sind wir seine perfekte Puppe. Good night, Aya. Bad end. Wir haben das schlechte Ende gewählt, beziehungsweise ihr habt es gewählt. Ja, ich muss das spielen, weil ihr es gewählt habt. Sollte. Und. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ende gefallen. Das war das zweite Ending. Und. Ich hoffe, ihr werdet euch noch die anderen Endings anschauen oder habt es schon angeschaut. Je nachdem. Und. Ähm. Ja. Auch hier, wie in dem ersten Ending, werde ich auch sagen, danke fürs Zuschauen von Madfather, dass ihr das Let's Play verfolgt habt. Das nächste Projekt wurde schon ausgewählt. Aber lasst euch überraschen. Und. Ich sag nochmal danke fürs Zuschauen. Unterstützen. Kommentieren. Teilen. Abonnieren, falls ihr noch kein Styler seid, um ein Styler zu werden. Und ja. Haut rein, meine Leute. Meine Styler. Ey, baby, style. Ja. Haut rein. Tschülü.